So, herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch im Lager und laufen gerade rundherum. Mit Astarion haben wir gerade gesprochen und jetzt ist unsere gute Kithiaki dran. Viel Spaß! Schau nach oben. Schau die Wunderschöne über den Schnee. Die Tränen folgen hinter uns. Rockige Böden über das Seat der Nacht. Einer von ihnen ist mein Kresh. Kaleer. Die Stamm-Asi-Age-Gi-Asser. Githiaki? Githiaki? Von Tränen? Your curiosity is to be commended. Githiaki are hatched in Creshes all throughout realm space. Kaleer is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slicked my cousin's throats at the Vash's command. But enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a Cresh. Githiaki? 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 Das war's. Der Schundge. Unsere kleine Pfeilswurme haben sich lang curved und freundlich gemacht. Wie fühlt ihr zu? Naja, überraschend gut trotz allem nervös. Die Vorstellung, dass diese Ding in meinem Gehirn befindet, gefällt mir nicht. Zuversichtlich. Ich würde keine winzige, äh, ja, machen. Die Vorstellung hat mich verweckert, verabschieden größere Talente. Aber über das habe ich keine Begründung gezeigt. Keine Nausee, keine Schmerz, keine Schmerz, nicht sogar eine heiße Flasche. Hm, etwas an uns ist besonders, oder an unseren Larben zumindest. Es ergibt keinen Sinn, ich weiß, warum haben wir uns nicht verwandelt. Vielleicht können wir ein paar giftige Pilze ausputeln. Hm, es ergibt keinen Sinn. Hm. 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 We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Recht haste. Du hast gar nichts zu sagen, Gale. Go ahead, I'm listening. Wie schaut's mit Shadowheart aus? Fermut müssen wir noch mitnehmen. Geil. Schattenherz. So ist es. So ist es. Du musst dich glücklich haben, einen klaren Weg nach vorne zu haben. Je schneller wir das Druid-Haus finden, desto besser. Ich kann nicht erwarten, dass dieses Ding in meinem Kopf rauskommt. Was würdet ihr tun, wenn es vorbei ist? Wie fühlt ihr euch? Das könnte unsere letzte gemeinsame Nacht zeigen. Ooooooh. Ich hab das nicht gedacht. Was habt ihr in der Meinung? Ähm, wir könnten uns irgendwann zurückziehen. Komm's denn zum Logger? Ähm. Es wäre das Glück, wenn wir uns ausruhen. Weiß halt. Meinst du das ernst? Ihre Gedanken müssen wir in der Verbindung erforschen. Ähm. In meiner Beobachtung. Es wäre das Glück, wenn wir uns ausruhen. Oh. Oh. Adventurous. Vielleicht wird etwas anderes zu dir kommen, bevor wir uns ausruhen. Rest gut. Hm. 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 Na ja. So. Verwenden. So. Kann ich hier sehen, wie viel die... 40. Vier. Melone. Drei. 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 Zwei. Vier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Drei. 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 Und eins. Lange Rast. Drei. 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 esperando... これ. McCulleter Drei. Zum Wikum. Drei. Ja. Drei. Verwenden. So, dann speichern wir trotzdem den Sonamarsch. Wir müssen zurück, dann. In dieser Wildnis. öffnen, ne laute was ist denn hier passiert? toter goblin verdammt ich wünschte, dass wir ihnen zumindest ein properes Pferd geben könnten ich dachte, du warst mit den schulischen Blüten in Elsons grove ach komm, ich werde aber alles gebraucht du und ich beide finden wir einen Wieser, der uns den Kontrakt gegeben hat, der meine Menschen getötet hat die alle wichtigen Dinge, wie beware, Schäden hinter der Pferde Goblins was für ein Auftrag er wurde wohl schlecht vorbereitet, ein paar Goblins haben auch ein ganzes und gezötet ab, weharmlich was für ein Auftrag der Kind, der ihr Crew verlebt es ist ein Wieser im Baldersgarten, der bei Goblins für ein Relikt verwendet wird, dass er sich um diese Teilen verbreitet wird aber Gold ist überhaupt nicht, wenn du es zu Gold holst, um es zu verdienen Das heißt, die »Night Song« Es wurde eine Night Song Sie sagten, hinter dem Semple, wo die Goblins über uns geraten Ich gebe dir ein Kabel für das Semple und wünsche dir ein glücklicher Aufmerksamkeit Aber mein Freund, Brian, hat es gehalten, wie sein eigener Socher. Goblins haben sich zu den fasselten Kumpel gehalten. Alles, was ich habe, ist ein Kontrakt. Ich kann euch zeigen, wo wir zurückkehren, wenn du dich fühlst. Was ist der Oberste bei euch mit unterwegs? Der Oberste Droide? Als er gehört hat, dass wir ein Kontrakt haben, um die Nachtsong-Relik zu finden, er war stärker als ein Hound in der Luft. Als die Goblins haben uns gehalten, hat die meiste meiner Kumpel gehalten, wie ich ihn hatte. Der alte Kumpel nicht. Ich bin glücklich, dass ich das verdammte Sache bin. Ich bin glücklich, dass ich das verdammte Sache bin. Ich bin glücklich, dass ich das verdammte Sache bin. Es ist ein Wunder bei dir. Und schüttelndes Schuss. Jetzt kann ich in Ruhe plündern. Was ist das mit haben? Du musst dich alles mit haben. Ein Gipfel im Gemälde. Die Schrift ohne... Die Schrift ohne... zauber lernen liebeswerkzeug nur gutes zeug wir haben wir noch eine morschel vogelnest ich wollte nicht reden ich will die morche ausgeblutetes wildschwein es sieht gesundheitlich, aber es ist tot tot wer geht über diesen Pog? der Pog ist tot, mein Freund sie schreit es nicht zurück komm mal, wir werden diese Poggeberne nicht fixen, wenn wir die Poggeberne auf jeden Fall von Carrion findest du der Pogge scheint zu sein, nur ein paar Stunden tot Vampire! Und ist es genug für dich? Überzeugen? Oh, komm schon! Ja, weiß ich. Es ist ein Wast unserer Zeit und ich bin fertig, dich zu enttäuschen. Extrakte. Alle Zutaten extrahieren. Supplemente. Äh... Okay, Salze. Das kann ich nicht machen. Asche kann ich machen. Die kann ich machen. Okay, wenn ich das jetzt hier quasi hier oben alle mache. Alle. Okay. Und jetzt kann ich hier ein bisschen was machen. Ah, guck! Salz aus Schotenmeuche. Mo... 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 Drang des Federfalls. Drang des Gedankwesens. Cool, cool. Merkraus. Und das Ding? Was kann ich hier nochmal machen? Schlichtes Gift. Äh... Das sind Leute von 50er Lücke. Okay. Cool, cool, cool. Ich mag hier doch mal ein paar Tränke hier. Ja. Also, den Bums immer schön aufsaheln. Na. Zack. 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 Meerkraus. Oh... Da gehst du auch in eine Höhle rein... Oh, ich will nicht... Gutes Meergras Komm Aufheb Kann ich hier lang? Na klar kann ich hier lang Sunftgras, Lederstiefel Ach, hier hätte ich von runter gehen können, oder? Na, kette ich Und wo geht es denn hier drüben noch lang? Was ist denn hier los? An empty mindflare versal If its occupant survived, they're nowhere to be seen Mhm 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 Na gut, gehen wir mal zu Rück Hier war irgendwo noch Sumpfgras Da Immer her damit Was für ein Sarg Halslöffel Rumpen Verrückt Ich nehme an, dort komme ich nicht drüber Könnte ich da hochklettern? Was ist das? Es stimmt nicht drüber? Dann Ach, wobei, jetzt haben wir gespeichert, scheiß drauf. Herzlich willkommen. Das ist ständig. Das Ouhlbeer-Prey, sicher nicht. hmmm warte mal hinter jedem Wasserfall ne oh da ist er, da ist er, lauuu ist jetzt bestimmt richtig böse, böse Da ist es rumgestiefelt. Kannst du es vielleicht... irgendwie öffnen? Das lief ja super. Ähm... Naja, das hätte ich irgendwo... Trank... Weihrauch... Äh... Zwischen blau und blau... Glaskelch... Kerze... Weihrauch... Schriftrolle, Gedanken übernehmen... Ähm... Schmeiß mal bitte Trank rein... Ähm... Kann ich springen? Schaff ich... Haha... Beetzel... Gebet... Das gleiche Symbol als der Schuss... Ich denke, es könnte nur die Schlüssel sein... Aha... So... Bitte spring nochmal, Meister... Nimmst du jetzt bitte... Untersuchen... Ich hab doch den... verdammten... Verdammte... Kacke hier... Verdammte... Kacke hier... Du solltest es... Oder sogar zerstören... Wenn es möglich ist... Ähm... Warum? Findet... Ist das so wichtig? Ei... Das schaff ich nicht... Oh... Doch... ich schaff's... Du solltest ruhig bleiben... Wolltest du die Wahrheit? Gut... Ich schraube Shah... Frau der Nacht... Selunas Brüder und Feu... Jetzt, dass du die Wahrheit hast... Bitte... Schau nicht über sie... Heavens forbid... We're all entitled to our secrets... Ähm... Ich entscheide selbst... Ob ich ein Geschreibe mache oder nicht... Es fällt mir schwer, jemandem zu vertrauen... Der Geheimnisse von mir hat... Ähm... Ich hätte nicht besorgt können... Wie lange will ich dir ein Geheimnis draus machen? Ist mir egal, wenn ihr anbetet... Wir haben größere Probleme... Machen wir das so... Für immer... Ideal... Und... Du hast zu viel... Über was ich kann und kann nicht sagen... Secrecy ist alles für Shah's Kinder... Es ist unser Code... Unser Geheimnis... Unser Geheimnis... Unser Geheimnis... sogar... Unser Geheimnis von mir selbst... Ich habe meine Erinnerungen suppressed... So dass... Nothing I know... Could be used against... The Dark Lady... Once ich prove myself... Mein Erinnerungen werden... Ich bin nicht sorry... Ich habe das von dir... Nicht nur ein bisschen... Doch... Vielleicht... Das könnte sich ändern... Wenn ihr einen öppnen Geheimnis zeigen könnt... All we can do is try it... Ich glaube... Hm... Also sollte ich das Ding jetzt nicht aufmachen quasi... Auf jeden Fall sollte ich es mit jemand anderem aufmachen... Ritual... Silberkette... Blutstein... Idol... Von... Und nichts ist passiert... Bis jetzt zumindest... Okay... Was habe ich jetzt alles gekriegt hier... Ich sehe es nicht... Da... Das bist'n du... Schlicke... Schlüchter... Dann haben sie dieses Buch und schreibt... Hm... Wenn jung... Wurden setzte man sie... Alleine tief in den Wald... Dort sollten sie... Bla bla bla... Sobald sie es zurückfunden hatten... Hm... Saloonite... Coming of Age-Rikes... Oh Barak-Nonsense... Wann das denn verwerben... Untersuchung... Haha... Das ist er also... The one with the weave... I wonder what the next move is... Ähm... Fünf bis neun... Einmal mit unser Typen hier... Sieben... Neun... Sieben... 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 Eurebeer-Eggschellen... Ein unhackteses... Uma... Dürfen... Und... Sieben... Sieben... Ihr portrayed... ... von... ... Was mirint... Sieben... mit ihren umgehend verhalten, aber ich möchte hier Oh Gott, 15! Ach du Scheiße! Das war lachhaft Ich würd's einmal noch mal probieren 11 Ok, weiter Du kannst nur das Obvious sagen, das Owlbeer ist weg für Blut Zurückweichen Ok Der Owlbeer schreit, aber er bewegt nicht, um zu attacken Der Weg raus sieht klar Der Weg raus hier Hm Ja, da will ich den jetzt einfach, ach will ich ihn bekämpfen und wissen Eigentlich will ich schon wissen, was passiert, ne? Scheiße, ey Wann hab ich gespeichert? Ich hab ja hier gerade gespeichert, kurz bevor ich davor stehe, ne? Jaaaa Komm, scheiß drauf Ich will wissen, was passiert Was ist das? Was ist das Junge? Was ist das Junge? Ich will den Bärnei Achja, ich bin ja im Dingsscheiß Was ist das denn? Eigentlich wollen wir das ja nicht Den armen Dings angreifen Oh, der macht mich kalt Ha! Genau das wollte ich sehen, der macht mich kalt Ok Ach, ich muss schon wieder den Zug beenden Zwei bis irgendwas Kritischer Fehlschlagen Der ist ganz schön gut Der ist ganz schön gut 13 Alter, Alter Tat mal Noch einmal Und durchschnaufen Flug beenden Nehm dich mal auf, Meister Und heil dich mal auf Zack, zack Verängstigt Wieso? Wieso? Achso, das ist keine Aktion mehr Geht dann zu beenden Was ist denn jetzt gerade passiert? Okay Okay, beenden Du machst einen schönen Feuerpfeil Und bist fertig? Du bringst das arme Baby um Das tut einem in der Seele weh, ey Hau drauf Hau drauf Oh, Rettungswurf Mir gehts doch gut Drauf auf das Ding Hau drauf Kopf eines verbrauchenden Speers Ne, krieg ich von dem nicht Unarmung zu erreichen Aha Noch mehr für mich Ein Ein Albeer-Egg Diese sind supposed to be worth eine Fortune Ah Knochenhaufen Ah Knochenhaufen Kurzschwert Das ist weg, oder? Okay, nee, das ist es uns, würde ich sagen, nicht wert Ich mein, ich hab jetzt ein tolles Ei bekommen, worüber das jetzt ist Äh Teller Ich seh den nicht mal Das ist das Ding Ist im Ort Mist, wo ist es? Das ist es nicht Das Ding ist neu Mittlere Rüstung Ordnung der Natur Und würde die Träger angreifen und treffen allein Oh Cool Der blöde Schädel Filter Gib mir mal ein Filter Neueste Ha Hat es jemand anderes aufgenommen? Blöde Ei? Nee Okay Ich speichere dich jetzt mal Spaßenshalber So, du warst jetzt fast tot Hatte ich jetzt schon mit dir gesprochen Schon, ne? Boah, da ist jetzt anderer Shit drin Blutstein Mondtropfenanhänger Zucken der Tanz Maximal 50% seiner Trefferpunkte hat Profeziert er einen Keinen Gelegenheitsangriff Hä, verstehe ich nicht Der Träger maximal 50% seiner Trefferpunkte hat Profeziert er keinen Gelegenheit Wenn er sich zurückzieht quasi Ausrüsten Und 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 Feilen dann Tippen mal bitte Das hätte ja richtig gut funktioniert Gelegenheitsangriff So, ich muss jetzt nochmal ein Ding trinken Dankeschön Gelegenheitsangriff Okay Eulenbär Lass mal da mal Wo hier ist Okay 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 Is Okay Okay Hm, da meinte er den. Hm, da läuft er automatisch rundherum, ne? Oh, was haben wir denn da für'n Hundi? Ich hebe hier wieder jeden Scheiß auf, ne? Ich glaube, ich kann hier nicht rum. Die Pilze nehmen wir mit. Wermut? Hier ist nix? Scheinbar nicht. Wermut, her damit. So, was ist denn das für'n Hundi hier? Erstmal nehmen wir die Pilze mit. Jägersch... Aha. Wundi, ich bin sofort bei dir. Merk was. Was ist denn hier eichen warm? Ach. Ähm. Hand ausstrecken, um ihn zu streicheln. Um ihn vorbeigehen. Und die Leiche nähen. Äh. Hand ausstrecken. Tja, beißt mich garantiert. Mit hier in oben gehen. Wahrnehmung. Auf den Halsband schauen. Eieieiei, das war ja grottig. Einschüchtern. Oh, komm schon. Mann. Mann nehmen. Geht doch. Äh, schon gut kratzer. Alles gut. Mit einem tiefen, hartbrotten Wein, der Hund bowt seinen Kopf. Er weint, aber er bleibt von dem Korpssseidem. Hm, sag mal, der fährt das. Das Lager folgen kann. Vogelnester, cool. Die Morchel nehmen wir wie immer mit. Okay, ich hab, warum machen wir mal eben PNR anhalten. Felsspalte. Oh, keine Chance, dass ich ihn da fitze. Hier hinten. Hm. Ich glaub, plündern darf ich den guten nicht. Das nimmt er mir übel. Ich komm mir nicht lang. Oh, manno. Dann wird ja ein andermal gelootet, hier der Typ. Naja, dann laufen wir halt mal da durch, war. Zählt ja alles nix. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit, die Morchel. Los, du bist mir nicht weit. Toter Tiefling. Toter Tiefling. Verstecken, wenn du dein Gegner angreifst. So lange du versteckt bist, überraschst du sie. Ich glaub dir ein Kampforteil. Rucksack. Moonhaven Kann man sicherlich hier kommen, stellt sich nicht so an Was hab ich denn hier? Ablenkender Tchack Und hopp Zerstörtes Tor Oh 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 Hello Tchack Komme ich hier durch? Scheinbar nicht Oh Gott, jetzt läuft er da weg Leute Leute Kommt der wieder? Oh ja, der kommt wieder Vielleicht Vielleicht Die Wunderfendelins Oh, ich könnte den Wandschirm bewegen Wegpunkte entdeckt Oh Oh, hier oben ist einer drauf Der Über Spät alles Ähm, ich würde jetzt gerne Bewegen Bewegen Ziel ist blockiert Warum denn? Ein Verfallter Fisch Gut Ich könnte probieren Ich bin Hinterhalder Angriff Hinterhalder Angriff Hinterhalder Angriff Hinterhalder Angriff Ich bin Ich bin Du Sizzierst du, wo du nicht wären Ich bin an euren Waffen vorbei gekommen. Wollte ich euch etwas Böses, hätte ich euch einfach alle umbringen können? Äh... Täuschen? Oh, es reicht! Hm, die hat mich durchgelassen, die Waffe. Dann hast du ein Business, das du auch brauchst, nicht wahr? Geh auf, die Leute, die neben dem Windmill haben, haben wir geschaut. Okay. Ähm... Okay. Ähm... Ähm... Schläger-Breck. Da stehen wir jetzt hinterher. Runde Flasche Flaschenregal. Leere Trinkflasche. Gegengift. Wermut. Wermut. Kessel? Ne, aufheben wollte ich den eigentlich nicht. Ich glaube, das wird in meinem Pack. Schädel... Dolchwurzel... 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 Flasche... Vurzeca-Randbuch. Es sagt, da ist ein Seiler hier. Ich sehe einen. Neat? Ich schaue. Drank des Schlafes. Oh... Heiltrank. Leere Trinkflasche. Nehmen wir mit. Flasche... Hockerflasche. Flasche... Wermut... Wermut... Extrakt? Oh! Flasche, Kräuteraufhänger, Kopfdeckel, Weinregal. Ist mir doch gerade noch irgendwo ein Extrakt angezeigt. Flasche, Flasche, Flasche. Holzluke, Weinregal. Ich bin fair. Aha. Flaschenregal. Gegengift. Kerze, Gegengift. Oh. 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 Partybox ist hier. Durchsucht den Keller. What the heck. Geil, nehmen wir alles mit. Eimer nehmen wir nicht mit, Flasche nehmen wir nicht mit, Flasche nehmen wir nicht mit, Hydrains nehmen wir mit. Flaschenregal, Bücherstapel, Bücherstapel, hier liegt nix cooles doch an, wieder Kiel. Oh, große Flasche, Kerze, Flasche, Wasserkaraffe, Flaschenregal. Das ist ja nur geiler Scheiß drin. Dich hatte ich schon. Geiler Scheiß. Ne, dich wollte ich eigentlich nicht haben. Flaschenregal. Hupala, das wollte ich eigentlich nicht. Flasche, 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 Flaschenregal. Heiltrank, den hätte ich gern. Was haben wir hier noch? Hase. Hase. Kugze Flasche, Hase. Flasche, Flaschenregal. Kiste öffnen. Ein Tücher. Humsinnige Kleidung. Na ja, nehmen wir alles mit. Zang. Wer weiß, ob wir mal was dran gebrauchen. Flaschenregal. Flasche, Flasche. Oh. Weihrauch. Moos. Herb. Kokos. Kräuteraufhänger. Da ist nix dran. Wermut. Tod. Weihrauch. Sumpfgras. Wermut. 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 Äh, welches schneidest du dran? Na gut. Knoblauch nehme ich mit. Nur so ein Stößel. Schale. Okay, jetzt haben wir alles. Okay, Kräuteraufhänger. Diese Kiste hier. Alter, mit Heidrink bin ich erstmal bedient. Geil. Nein, das ist nix. Holzeimer. Bronzefass. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Kerze. Weihrauchschale. Heidrink. Wusste ich schon. Tagebuch des Heilers. Bla 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 bla. Schmiede-Lehrling blablabla Holztruhe leer Holzkiste Oh Na, Eiferpüpsch Ich bin doch hier noch gar nicht durch Bei dem Holztisch war ich schon Hier war ich aber noch nicht bei dem Bettlauggen Okay, na gut, dass ich nie bin gebraucht Flasche, Flasche Die waren fast Wasser Man weiß ja nie, klappriger Stuhl Besen Okay, sorry, das wollte ich eigentlich nicht Holztisch, Tinten, Fass und Kiel Knochen Äh, ich glaube, ich muss mal auf dich wechseln Du siehst wenigstens was Knochenkappe Where the fuck am I Oh, es wird mal gespeichert Dann speichere ich da nochmal Verrotteter Sarg Ich Misstenfeuer Eier Heilige Na, guck mal Unsere Überrascht Eieiei Na klar, ein Kript Okay, ähm Fernkampf Und auch noch Kampf Zug beenden Fehlschlag Haha, recht gehabt So Magische Geschosse Links bis 15 Ich dachte, der ist hin Okay, Zug beenden Machst du den bitte kalt Sehr schön Zug beenden So, haut drauf, würde ich sagen Fehlschlag Fehlschlag Ist richtig schlecht Und dann reicht's nicht mal Na ja, Zug beenden Deswegen ist es gleich dran Okay, dann machen wir kalt Huioioi Schön, dass ich dir Auch noch weiter reichen muss Die blöde Schaufel Ausgeräuberung Ein Trophäer halten Machst du den Müsst du jetzt auch noch Auf, bitte Holstruhe öffnen Danke Ähm Kurzbuch Geil Irgendein Tagebuch Noch ne Schaufel Aha Das wollte ich gar nicht Aber ist egal Ich nehme mich auch mit So, was habe ich denn jetzt So, das Buch bekommen Mies doch mal vor Okay Tagebuch Was ist wunderbar? Alles schon gelesen Aber dann müssen wir halt doch mal durchleben Hä? Äh Ich hätte nie wieder nach Hause zurückkehren können Jedenfalls nicht Nach dieser Flucht Ich würde getötet Würde getötet Oder schlimmeres Würde folgen Die Arbeit Hier ist einfach und ermöglicht mir Eine Erforschung nachts fortzusetzen Der Fortschritt ist jedoch langsam Die Wiederbelebungen scheinen leicht zu sein Aber die Wiederherstellung des Lebens Da bleibt mir verwehrt Und dann haben wir noch die Magie die ich brauche Wärt sich aber unerbittlich Wie mein Lehrling auch Wenigstens hat Nur mein Vertrauter möglich Leichen zu beschaffen O-ne Verdocht zu erregt Das wird alles dauern Wir werden Die Zulkier finden Bevor sie zurückbringen kann Werden mich die Zulkier finden Mhm, ich weiß nicht ha hatte ich schon geöffnet ich glaube ich auch der kerze juhu den rosen nehmen wir natürlich mit so warum liegst du hier warum kann ich hier hoch so ist runter springen nicht faxen machen das koffer ist leer als fass als fass danke brauche ich nicht nur eine ist wirklich was tolles drin? wissen wir nicht verzierter spiegel so ob wir mit dem verzierten spiegel gescheit sprechen können reinkommen rüber können sehen wir dann in der nächsten folge vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal macht's gut ciao ciao ciao